Willkommen zurück, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie nun zur letzten Session dieses Tages hier bei Home & Business, Let's Talk Energy, Power On begrüßen. Und wir haben uns ein wirklich spannendes Thema, eine spannende Session für Sie ausgesucht, denn in diesem letzten Teil wird es um die Nachhaltigkeit gehen. Und hierzu darf ich meine beiden Talk-Gäste begrüßen, den Corporate Sustainability Manager Matthias Schäfers. Matthias, schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch, dass ich dabei sein darf. Sehr, sehr gerne. Und der Masterstudent Andres Castro. Hi, ja, danke für die Einladung. Könnt ihr uns beiden, also könnt ihr beide, uns, mir und den Zuschauern da draußen, ein bisschen genauer erklären, was kann ich mir denn unter einem Corporate Sustainability Manager vorstellen? Was machst du eigentlich jeden Tag und wie kommst du als Masterstudent auf diesen roten Stuhl? Okay, dann fange ich an. Also ja, Corporate Sustainability Manager heißt, dass ich im Endeffekt die Strategie, die Nachhaltigkeitsstrategie für SMA entwickle und auch Messmethoden dafür und eben auch Schwerpunkte setze, also in welche Richtung geht es und so ein großer Schwerpunkt Umwelt, Energie, aber auch Mobilität. Das sind solche Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und ich bin seit 2008 schon bei SMA, habe hier als Architekt angefangen und seit 2012 verantworte ich dann das Thema Nachhaltigkeit. Und Andres, wie kommst du hierher? Ja, genau. Also ich habe hier auch bei SMA seit einem Jahr angefangen. Ich habe hier mein Praktikum absolviert, danach meine Masterarbeit geschrieben. Und dann bin ich einfach hier ein bisschen länger geliehen und auch ein bisschen zusammen mit Matthias über Nachhaltigkeit ein paar Dinge auch zusammenzuarbeiten. Nachhaltigkeit, ähnlich wie Elektromobilität vorhin, ist ja absolut im Trend momentan. Jeder spricht von Nachhaltigkeit. Und vor diesem Hintergrund ist es ja auch so, dass immer mehr Unternehmen sich damit schmücken, nachhaltig zu sein. Aber nicht überall, wo nachhaltig draufsteht, ist auch nachhaltig drin. Ist das richtig? Kann man so sagen. Also erstmal ist es super, dass es ein Trend ist, also Megatrend, wie wir es auch immer nennen wollen. Und das ist absolut positiv, weil ja auch einiges passieren muss. Wenn wir uns überlegen, dass wir mehr Ressourcen verbrauchen, als die Welt vertragen kann, würden alle Menschen so leben, wie wir in Deutschland oder Europa, dann brauchten wir mehr als drei Erden. Und das heißt, wir leben im Endeffekt auf Kosten der nächsten Generation. Und deshalb müssen wir uns auch nicht wundern, dass die junge Generation auf die Straße geht und eben das einfordert, was Nachhaltigkeit bedeutet, nämlich Generationengerechtigkeit. Und ja, Unternehmen müssen auch ihren Beitrag leisten. Wir müssen effizienter mit ihren Ressourcen umgehen, nachhaltiger, ja, natürlich mehr erneuerbare Energien einsetzen, um unseren Lebensstandard erhalten zu können. Aber was auch wichtig ist, ist für Unternehmen, früher war das Thema Nachhaltigkeit mehr so ein Nice-to-have. Und das hat sich jetzt gewandelt zu einem Must-have. Und das Wichtige, oder was wir erkennen, ist, es gibt unheimlich viele Unternehmen, die den Anschein erwecken, dass sie nachhaltig sind und das dann für PR-Zwecke nutzen, aber eben das nur suggerieren und nicht wirklich nachhaltig agieren. Wie ist es bei euch? Wie ist es bei SMA? Welchen Stellenwert hat die Nachhaltigkeit dort? Ja, bei SMA ist es so, dass Nachhaltigkeit schon seit Gründungszeiten ein Bestandteil der DNA gewesen ist. Und unsere Gründer haben schon 1981 erkannt, dass das ein unheimlich wichtiges Thema ist. Und ich bin auch überzeugt davon, dass man wirklich nur nachhaltig agieren kann, wenn das auch in die Unternehmensstrategie integriert wird, dieses Thema. Und dabei ist eben ganz, ganz, ganz wichtig, bei SMA haben wir damit eben 1981 begonnen und haben gesagt, wir müssen ökonomischen Erfolg verbinden mit dem Umweltschutz und auch mit gesellschaftlicher Verantwortung. Und bei unseren Mitarbeitern merken wir das auch, dass die sich mit diesem Prinzip oder dieser Philosophie gut identifizieren können. Und sowas kann man natürlich eben auch nicht einfach von oben aufdrücken, sondern das hat auch so ein bisschen was mit intrinsischer Motivation zu tun. Kannst du uns denn konkrete Beispiele dazu nennen? Ja, kann ich. Ich mache es vielleicht ein bisschen allgemeiner, um einfach zu erklären, was so die Schwerpunkte bei SMA sind. Also wir haben uns gesagt, womit müssen wir uns beschäftigen und haben vier Handlungsfelder festgelegt. Das erste nennt sich Produkte und Prozesse. Im zweiten geht es dann eben um den Schwerpunkt Umwelt und Energie. Der dritte Schwerpunkt liegt bei den Mitarbeitern und der vierte betrachtet dann die gesellschaftliche Verantwortung. Und welcher der vier Bereiche oder Beispiele ist automatisch einfacher oder näher am Thema Nachhaltigkeit dran? Vielleicht noch als Zwischenfrage? Ja, natürlich das Thema Umwelt und Energie. Das ist ja auch die tolle Verbindung zu unserem Unternehmen und zu unserem Geschäftsfeld. Wie siehst du den Einblick in die Nachhaltigkeit bei SMA? Ja, ich stimme total Matthias zu. Ich bin auch der Meinung, dass Unternehmen auch auf ihren eigenen Businessfield fokussieren müssen. Und das ist der Fall von SMA, wo die fokussieren sich auf Umwelt und Energie. Und deswegen ist es auch sinnvoll, dass sie auch Maßnahmen und Ziele um Klimawandel zu kämpfen, aber auch um die Steigerung von der Einsatz von erneuerbarer Energie zu engagieren. Und deswegen, das war auch so ein wichtiger Punkt, damit wir auch bei SMA unsere Climate Roadmap entwickelt haben. Und wir haben zum Beispiel unser erster Schritt war, dass unsere Gebäude auch mit einer Solaranlage auch haben konnten. Wir haben auch unsere CO2-neutral Wechselrichterfabrik. Das ist der nächste Schritt. Dann kommt auch unsere Solarakademie-Gebäude. Das ist auch ganz interessant. Und dann der weitere Wechselrichterfabrik. Die ist auch eine ganz andere Seite geworden. Die wurde aus Holz gebaut. Und das ist auch ein Teil von einem Industriepark, die auch mit fast 100% erneuerbarer Energie funktioniert. Und was auch ganz wichtig bei SMA ist, ist, dass im Unternehmen gibt es auch ein vorbildliches Energiemanagementsystem. Und das ist auch ganz besonders bei SMA. Jetzt hast du eben die Solarakademie erwähnt. Wir haben einen kleinen Videoeinspieler für Sie vorbereitet, der in der Solarakademie gedreht wurde. Und dort ist Tillmann jetzt und der erzählt Ihnen mehr. Herzlich willkommen in der Günther Kramer Solarakademie, dem Trainingszentrum der SMA Solar Technology. Die Günther Kramer Solarakademie ist ein Leuchtturmprojekt der SMA, in der wir unsere Vision einer nachhaltigen Zukunft, die komplett auf erneuerbaren Energien fußt, umgesetzt haben. Das Gebäude selbst läuft zu 100% auf erneuerbaren Energien. Die Hauptenergiequelle sind natürlich die Photovoltaikmodule auf dem Dach und in der Außenfassade des Gebäudes. Und die Sunnyboy-Wechselrichter, die Sie im Hintergrund sehen, installiert vor zehn Jahren, als das Gebäude errichtet wurde, wandeln die Energie und leiten den Sonnenstrom weiter an das Energiesystem des Gebäudes. So, und hier wird die Sache jetzt richtig spannend, denn die Solarakademie ist nicht ans öffentliche Stromnetz angeschlossen. Die Sunny-Island-Wechselrichter, die Sie im Hintergrund sehen, die bauen das Stromnetz für die Solarakademie. Sie bekommen den Solarstrom von den Sunnyboy-Wechselrichtern, versorgen damit die Lasten im Gebäude, speichern Überschüsse in einer Batterie und wenn zusätzliche Energie über das, was die Sonne liefern kann, benötigt wird, dann holen sie sich diese Energie aus der Batterie oder schalten ganz automatisch einen zusätzlichen Stromerzeuger ein. Im Fall dieses Gebäudes hier wäre der zusätzliche Stromerzeuger ein Blockheizkraftwerk, das mit Biogas betrieben wird. Wir haben hier jedes Jahr etwa zweieinhalbtausend Installateure, die für Schulungen hierher kommen, das alles in einem komplett vom Stromnetz, vom öffentlichen Stromnetz getrennten Gebäude erleben und das eben, so hoffen wir mal sehr, ohne, dass Sie es jemals bemerken, ohne irgendeinen Verlust an Komfort für unsere Teilnehmer. Dieses Gebäude ist nicht das einzige Leuchtturmprojekt bei SMA, es ist ein Baustein in unserer Nachhaltigkeitsstrategie, einer der Meilensteine dort. Andere Meilensteine sind zum Beispiel unsere CO2-neutrale Produktion in der CO2-neutralen Fabrik, die wir hier am Standort Kassel am Hauptsitz von SMA errichtet haben, wo auch Ideen und Erfahrungen aus dem Bau dieses Gebäudes mit eingeflossen sind. Oder besuchen Sie uns hier in der Nähe von Kassel für ein Seminar. Die Idee bei unseren Trainings ist, dass wir Sie befähigen wollen, in die Lage versetzen wollen, als unser Partner diese Vision einer nachhaltigen Zukunft, die auf erneuerbaren Energien basiert, gemeinsam umsetzen zu können. Also, be a Solar Expert, vielen Dank. Ein wunderbares Video von Tillmann. Und wenn Sie auch ein Solar Expert werden möchten, können Sie gerne an einem dieser Trainings teilnehmen. Sie können sich informieren über die Termine hier auf unserer Homepage. Und damit wieder zurück zu euch beiden, Matthias und Andres. Die von SMA entwickelten Produkte und Lösungen, die werden ja zur Erzeugung von Solarenergie eingesetzt. Und macht Sie das denn nicht eigentlich schon nachhaltig genug? Ja, mit der Frage beschäftige ich mich häufiger oder die wird mir häufiger gestellt. Weil, ja, natürlich ist es ein tolles Gefühl und motiviert einen, in der PV-Branche zu arbeiten. Den Anteil der erneuerbaren Energien zu steigern. Und, ja, auch die nachhaltige Zukunft mitgestalten zu können. Das ist toll und das motiviert uns. Und ich denke auch, dass unsere Kunden das genauso sehen und sie genauso motiviert. Aber Produkte zu gestalten oder zu herzustellen, die an einer nachhaltigen Energieversorgung beteiligt sind, bedeutet nicht automatisch, dass das Unternehmen, das sie herstellt, auch nachhaltig wirtschaftet. Also da ist ein großer Unterschied dazwischen. Und deswegen ist es für uns auch so wichtig, und das sieht man hier in dem Slide ganz gut an diesem Kreis, dass Nachhaltigkeit im Unternehmen bedeuten muss, dass man in Balance zwischen ökonomischen, ökologischen und sozialgesellschaftlichen Aspekten arbeiten muss. Und das ist ganz wichtig, weil da gibt es oft auch Missverständnisse. Auch das bekomme ich immer wieder mit, dass gesagt, ja, Nachhaltigkeit hat ja nur mit Umweltschutz zu tun und mit gesellschaftlicher Verantwortung. Aber gerade in Unternehmen ist es wichtig, dass nachhaltige Maßnahmen auch immer ökonomisch sinnvoll sein müssen. Das ist gerade für das Überleben eines Unternehmens ganz, ganz wichtig. Und der zweite wichtige Aspekt ist, und das ist sozusagen der äußere Kreisel, dass Nachhaltigkeit eben nicht nur im Unternehmen stattfinden darf, sondern dass sich das immer auf die gesamte Wertschöpfungskette beziehen muss. Genau, und die Wertschöpfungskette fängt bei den Mineralien und bei den Rohstoffen an. Da müssen wir Umweltauswirkungen, auch Menschenrechte-Aspekte überprüfen. Dann kommen die Lieferkette, die Lieferanten, aber auch die Herstellung von den Produkten, da die Qualität spielt eine große Rolle. Und was auch ganz wichtig ist, ist das so End-of-Use und End-of-Life von unseren Produkten. Da gibt es eine große Herausforderung, das ist nämlich, die Werte von unseren Materialien wieder zurückzugewinnen. Und deswegen hat SMA sich auch festgestellt, Ökobilanz durchzuführen, um diese Hotspots, wo am meisten diese Umweltauswirkungen liegen, um das zu finden. Da auf der Folie haben wir ein Beispiel für eine Kategorie, da haben wir Treibhausgasemissionen. Und die Ergebnisse, die sind auch ganz interessant. Und ich glaube, Matthias kann das auch ein bisschen besser erklären. Ja, war spannend für uns zu sehen, was es für Auswirkungen hat, um so ein Produkt mal zu bilanzieren. Und ja, das Besondere für uns war, dass wir an dieser Kategorie festgestellt haben, dass SMA gerade mal für circa ein bis drei Prozent der CO2-Emissionen im Produktfußabdruck relevant ist oder verantwortlich ist. Und der allergrößte Anteil sich eher in der Lieferkette befindet. Und einer von mehreren Gründen, warum unser Anteil so klein ist, liegt eben aber auch daran, dass wir hier mehr oder weniger CO2-neutral produzieren können. Das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt. Und auf Grundlage der Erkenntnisse dieser Ökobilanz haben wir dann für uns gesagt, okay, wir müssen ganz vorne die Nachhaltigkeit implementieren. Also bereits schon in dem Design der Produkte. Und deswegen haben wir einen Leitfaden für eine nachhaltige Produktgestaltung entwickelt. Und kannst du mit diesem Leitfaden die Nachhaltigkeit deiner Produkte und des gesamten Unternehmens denn eigentlich dann sicherstellen, über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg? Ja, also das Besondere unserer Nachhaltigkeitsstrategie muss man so sehen. Wir haben gesagt, wir wollen unterscheiden nach den Haupttreibern im Unternehmen und dem Produkt. Ich glaube, das ist so das Besondere bei uns. Und deswegen haben wir gesagt, wir entwickeln zwei übergeordnete Key Performance Indicators, die uns dabei helfen, den Erfolg in unserer Nachhaltigkeitsperformance dann auch messen zu können. Und darauf sind wir auch ein bisschen stolz, weil im Endeffekt haben wir es damit geschafft, dann tatsächlich uns auch ambitionierte Ziele setzen zu können innerhalb der Nachhaltigkeitsstrategie und das auch transparent reporten zu können. Und die große Überschrift heißt für uns, wir wollen Mehrwert schaffen mit weniger Ressourcen. Das ist so diese Schere, die man dort sieht. Und haben dafür besondere Indikatoren geschaffen, die wir auf Grundlage von Stakeholder-Analysen entwickelt haben und eben auch dieser Ökobilanz. Und auf dem Bild kann man das ganz gut erkennen. Es gibt Indikatoren, die wir eben steigern wollen, Mehrwert schaffen und Indikatoren, die wir reduzieren wollen, dann ressourceneffizienter. Und der Abstand zwischen diesen beiden Fallen, das ist eigentlich so unsere übergeordnete gesamte Nachhaltigkeitsperformance des Unternehmens in diesem Fall. Wenn wir ganz kurz auf die Haupttreiber mal schauen, die uns besonders bewegen im Unternehmen, dann sehen wir, wir wollen zum Beispiel Corporate Citizenship steigern. Das heißt, das ist so ein Indikator für die gesellschaftliche Verantwortung eines Unternehmens. Oder das Thema nachhaltige Lieferkette, wo wir unsere Hauptlieferanten bewerten nach ihrer Nachhaltigkeitsperformance. Das Thema Profitabilität, das ist der Faktor Ökonomie, immer auch ökonomischer Erfolg. Und das Thema Qualität als ein wesentlicher Treiber unserer Nachhaltigkeit. Und reduzieren wollen wir als erstes den Materialeinsatz innerhalb der Produktion. Der CO2-Ausstoß steht für den Fußabdruck des Unternehmens. Und dann haben wir noch das Thema, kann ich gerade gar nicht lesen, Unfallhäufigkeit, genau. Ein Indikator für unser Engagement innerhalb unseres Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Und dann das Thema Abfall, Reduzierung von Abfällen in der Produktion. Und jetzt gibt es, das ist die eine Kennzahl. Und die zweite Kennzahl finde ich noch wesentlich spannender. Und das ist nämlich die, mit der wir uns, glaube ich, schon besonders unterscheiden vom Wettbewerb. Weil da differenzieren wir eben genau nach den Schlagworten, die in einem nachhaltigen Produkt relevant sind. Und zur Produktkennzahl, Andres, kannst du uns mehr sagen? Ja, gerne. Also unsere Kennzahl funktioniert auf eine ähnliche Weise als das Unternehmen. Aber dieser Unterschied jetzt und dieser Bezug ist, dass dieser Bezug auf die circular-Economie. Und das ist auch nämlich, dass wir wollen unsere erneuerbare Energie in den Produkten, aber nicht nur auf weiterherstellung, sondern durch die ganze Lieferkette steigern. Dann kommt die Design for Recycling, das ist auch ganz wichtig. Und das ist auch ein Teil von unserer, sorry, für unsere circular-Economie-Strategie. Da wollen wir ja die Recyclefähigkeit von unseren Materialien zu steigern. Dann haben wir ja die Preferable Materials. Das ist auch, das hat diesen Bezug mit den umweltfreundlichen Materialien, aber auch mit den sekundären Rohstoffen. Dann haben wir ja Qualität, das ist auch extrem wichtig jetzt. Und das stellt auch so für diese Lebensdauer von unseren Produkten. Das, was wir reduzieren wollen, ist unser CO2-Fußabdruck in dem Produkt. Dann auch diese Relation zwischen Wechselrichter, Materialansatz und der Leistung. Dann haben wir auch die Verschwendung in der Produktion. Und auch was ganz wichtig ist, diese Non-Proferable Materials. Die sind auch diese gesellschaftlich regulierten Materialien. Auch die Materialien, die eine Verbindung mit Versorgungssicherheit haben. Aber auch die Materialien, die vielleicht ein Risiko für SMA werden, wegen Reputation oder einfach Image von SMA. Bevor ich zur nächsten Frage zu euch komme, kommt hier noch der Hinweis an Sie, liebe Zuschauer. Wenn Sie Fragen haben sollten zum Thema Nachhaltigkeit, entweder an Matthias oder auch an Andres, dann können Sie diese Frage gerne jetzt stellen. Wir kommen in wenigen Minuten zur Q&A. Stellen Sie einfach diese Frage hier direkt in unseren Interaktionsbereich. Und damit wieder zurück zu euch. Welche Vorteile haben denn die Kunden ganz grundsätzlich von den nachhaltigen Solarprodukten? Also gutes Gewissen haben Sie auf jeden Fall schon mal. Die Frage ist aber auch, was noch? Und müssen Sie denn für dieses gute Gewissen tiefer in die Tasche greifen? Okay, also es gibt einige Vorteile und Benefits für unsere Kunden. Und wir konzentrieren uns jetzt mal auf die vier Wesentlichen. Und der erste ist das Thema hohe Qualität und Langlebigkeit. Da geht es einfach darum, dass wir gesagt haben, das ist ein großer Schwerpunkt bei uns in der Nachhaltigkeitsstrategie. Langlebige Produkte, egal unter welchen Umweltbedingungen. Und das spart einfach Kosten für den Kunden. Aber es hat auch ökologische Vorteile, weil wenn ein Produkt, sagen wir mal, doppelt so lange Lebensdauer hat, dann brauchen wir in der Zeit auch nur halb so viele Ressourcen. So, der zweite Benefit ist das Thema Servicefähigkeit und Reparaturfähigkeit. Das ist so ein Thema, was gerade intensiv auch in der Politik diskutiert wird. So eine verpflichtende Reparierbarkeit. Und das finde ich ganz spannend, weil ja gerade Elektronikprodukte, die sind unheimlich werthaltig. Und es wäre einfach schade, wenn ein Elektronikbauteil oder ein Produkt, wenn es defekt ist, einfach weggeworfen wird. Und deswegen sagen wir, okay, auch innerhalb des Einsatzes muss es einfache Möglichkeiten geben des Services. Das ist eben auch ein Benefit für unsere Mitarbeiter, nicht Mitarbeiter, für unsere Kunden. Kunde. Genau. Der dritte Benefit, das bezieht sich auf die soziale und ökologische Verantwortung. Und das ist ja das, wo wir eigentlich schon von Beginn an drüber gesprochen haben. Das ist das, was die Kunden immer mehr erwarten von uns. Und gerade auch von der PV-Industrie, dass sie sagen, ja, auch wenn ihr diese nachhaltigen Produkte herstellt, haben wir da Erwartungen an euch und möglichst vorbildlich. Das ist eben auch ein Benefit. Und der vierte, da geht es um das Thema Kreislaufwirtschaft oder eben Circular Economy, ein sehr umfangreiches Thema. Und da einfach die Frage an dich auch, was glaubst du denn, welche Spezies auf der Erde ist die einzige, die eben eher in einem linearen System lebt und nicht in einem Kreislaufsystem? In einem linearen System und nicht in einem Kreislaufsystem, das sind dann, glaube ich, schon wir, der Mensch. Ja, genau. Irgendwie weiß man das. Aber so richtig, ein bisschen was will man verändern, aber es fällt einem schwer. Also wir sind die Einzigen, die sozusagen Dinge aus der Natur entnehmen, sie verändern, wir nutzen sie und danach schmeißen wir sie weg. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung für die gesamte Gesellschaft, aber eben auch für die gesamte Industrie. Und deswegen haben wir uns gesagt, okay, wir entwickeln eine Strategie für diese Circular Economy oder Kreislaufwirtschaft. Und Andres hat darüber seine Masterarbeit geschrieben. Deswegen ist er auch der Experte. Sag uns dazu mehr. Ja, ja, klar. Ja, Matthias und ich haben wir sechs Monate hart gearbeitet und wir haben uns auch auf unsere Materialien und Bauteilen konzentriert. Und wir haben auch eine spezifische Strategie entwickelt, das besteht aus Design for Recycling, Preferable Materials und Non-Preferable Materials. Und jetzt mit diesen Ergebnissen sind wir auf der Lage, unsere Materialien und unsere Bauteilen zu bewerten und auch zu beschreiben. Und jetzt können wir Entscheidungen treffen, aber auch die Nachhaltigkeit von unseren Materialien bewerten. Das ist auch schon mal gut. Und das Beste ist, das kostet gar nicht für die Kunden. Also es ist auch ein Benefit, die einfach kommt von unseren nachhaltigen Produkten und die auch erfüllen alle diese gesetzlichen Anforderungen. Jetzt lass uns abschließend vielleicht nochmal darauf kommen, wie denn Investoren oder Anlagenbetreiber oder Installateure oder Endkunden denn tatsächlich erkennen können, wie ihr jetzt eben auch dank deiner Masterarbeit. Aber wie können die erkennen, welche Unternehmen und welche Produkte tatsächlich richtig nachhaltig sind und sich nicht nur auf die Fahne geschrieben haben? Ja, das ist eine gute Frage und es ist auch unheimlich schwierig, das herauszufinden, ob man jetzt mit einem wirklich nachhaltigen Unternehmen zu tun hat oder nur einem, was so ein bisschen den Anschein erweckt. Und da kann ich nur sagen, das Wichtigste ist, sich dann die Veröffentlichung des Unternehmens anzugucken. Also zu schauen, es gibt ja sicherlich einen Unternehmensbericht und möglicherweise auch einen Nachhaltigkeitsbericht. Und der erste Ratschlag von meiner Seite ist da, ja, darauf zu achten, wird denn auch über die Haupttreiber der Nachhaltigkeit berichtet und gibt es da auch Indikatoren zu? Ist das gewährleistet? Und gibt es dann auch Indikatoren, die sozusagen über die gesamte Wertschöpfungskette berichten? Das ist auch noch wichtig und möglicherweise dazu auch noch ambitionierte Ziele vorliegen. Und der zweite Ratschlag ist, darauf zu achten, dass in einer transparenten Art und Weise berichtet wird. Und das geht im Endeffekt nur, wenn man internationale Standards nutzt, die eben alle Unternehmen nutzen, wie den Global Reporting Initiative und auch die Sustainable Development Goals der UN. Und erst dann kann man die Unternehmen auch wirklich miteinander vergleichen. Und der dritte Ratschlag, der bezieht sich eben auf das Produkt. Und das ist ja teilweise noch viel schwieriger herauszufinden, was ist denn wirklich das nachhaltigste Produkt? Und da unterstützen wir die Initiative der Europäischen Union, die gerade dabei sind, einen Vorschlag zu entwickeln für ein Eco-Design und ein Eco-Labeling für PV-Anlagen. Und das ist gerade noch in Arbeit und das, denke ich, dauert auch noch zwei, drei Jahre. Aber dann, wenn das vorliegt, dann kann der Kunde auch tatsächlich verschiedene Produktkategorien vergleichen und eben auch die Unternehmen. Man kann dann eben sehen, wenn dieses Label drauf ist, dann kann ich sicher sein, dass dieses Unternehmen oder die Produkte eben nachhaltig sind. Aber dazu muss ich jetzt noch mal warten, zwei Jahre. Ja, da muss man noch ein bisschen warten. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen bei denen auf die Tube drücken. Das fände ich schon sehr gut. Dann darf ich mich bei euch jetzt erst mal bedanken. Wir schauen jetzt mal in den Livestream, was denn alles an Fragen in unserem Q&A-Bereich reingekommen ist. Das machen wir jetzt. Willkommen zurück hier bei unserer letzten Session des Tages zum Thema Nachhaltigkeit. Und wir schauen gleich mal auf unseren Monitor, welche Fragen denn von Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, hier hereingekommen sind und gleich von Matthias und Andres beantwortet werden. So, ihr seid soweit? Wir sind soweit, ja. Okay. Wie hoch, oh, ist eine gute Frage, habe ich mich auch gefragt. Wie hoch ist denn der Anteil an Elektroautos bei SMA? Ja, da muss man erst mal gucken, um welche Autos es denn geht. Denn es gibt Poolfahrzeuge, es gibt Mitarbeiterfahrzeuge. Ihr beide? Also, ich weiß nicht, ob du hast einen Firmenwagen? Ich habe keinen Firmenwagen. Wir fahren nur mit dem Fahrrad. Genau. Nein, aber wir haben uns Ziele gesetzt. Also, wir haben gesagt, dass die Poolfahrzeuge bis Ende 2020 wir auf 50 Prozent geschraubt haben wollen, den Anteil. Wir sind momentan bei 30 Prozent. Was die Gesamtarzahl angeht, jetzt bei der gesamten Firmenflotte, da liegen wir noch unter diesen 30 Prozent. Und da kann man natürlich auch nur bedingt Ziele setzen, was die Mitarbeiter sich vor allem dann für Autos zulegen. Das ist nochmal eine andere Sache. Aber was man vielleicht sagen kann, wir haben viel für die Ladeinfrastruktur getan. Und das ist natürlich dann so eine Motivation, dass unheimlich viele Mitarbeiter sich Elektroautos zulegen und wir auch über 40 Ladepunkte alleine hier haben, wo man dann eben auch CO2-neutralen Strom laden kann. Absolut. Genau. Und dazu hatten wir ja heute auch beim Thema Elektromobilität eine schöne Session mit vielen interessanten Punkten und eben den beiden Ladelösungen. Die nächste Frage, wie wirkt sich die Logistik innerhalb der Ökobilanz des Produktes aus? Hat es Auswirkungen, ob Lieferanten aus China oder Deutschland stammen? Ja, auch eine super spannende Frage, weil bei unserer ersten Ökobilanz hatten wir uns das auch gefragt und hatten auch gesagt, es muss doch Auswirkungen haben, wie die Logistik dann funktioniert. Und haben wir festgestellt, haben wir ja auch gesehen in dem Beispiel, die Supply Chain, die Lieferkette, das hat den größten Einfluss darauf und die Logistik selber. Und das war sehr, sehr erstaunlich, macht einen verschwindend geringen Anteil nur aus. Also wir haben es tatsächlich sogar verglichen, Überseelieferanten und regionale Lieferanten und das ist ein Faktor von weniger als 0,1 Prozent. Eigentlich erstaunlich. Ja, waren wir auch sehr überrascht. Wie wollt ihr beiden denn den CO2-Footprint in der Supply Chain ändern? Ja, auch da haben wir ja schon Beispiele gesehen anhand der Produkt-KPI. Da gibt es zwei Faktoren. Da gibt es einmal den CO2-Footprint, wo wir eben wissen, wo wir den Schwerpunkt legen müssen. Und dafür haben wir eben auch noch einen anderen Indikator mit reingenommen. Das ist der Anteil an erneuerbaren Energien eben schon in der Upstream- und Downstream-Kette. Das heißt eben auch da zu gucken, unseren Lieferanten das Ziel mitzugeben, dass wir erwarten, dass sie auch ihren Anteil an erneuerbaren Energien erhöhen. Weil wir in den Ökobilanzen festgestellt haben, der große Block-Lieferkette, da müssen wir ran. Und das ist eben so ein Ansatz davon. Und ich meine, da können wir unsere Lieferanten gut unterstützen, partnerschaftlich agieren. Und wir haben ja auch Lösungen dafür. Perfekt. Zum Abschluss noch eine auch sehr interessante Frage. Und zwar könnt ihr beiden dann etwas zur Recycling-Rate der Wechselrichter sagen. Wie sieht es denn damit aus? Andres, du? Ja, klar. Also da arbeiten wir auch viel daran. Und wir haben auch so fast 90 Prozent von dieser Recycling-Quote von unseren Produkten. Aber wir arbeiten auch viel daran, damit wir das auch wieder steigern können. Aber 90 Prozent hast du gerade gesagt. Das ist schon viel. Ja, stimmt. Aber ihr wollt mehr. Ihr wollt... Genau. Deswegen haben wir auch unsere Cycle-Economy-Strategie entwickelt. Und da gibt es einen Sperrpunkt auf dieses Design für Recycling. Und deswegen kollaborieren wir auch mit verschiedenen Stakeholders. Und wir entwickeln auch was bei uns, diese Guidelines und so weiter, damit wir auch das so in Unternehmen auch steigern können. Also vorher zu denken und unsere Produkte so designen, damit das einfacher zu recyceln sind. Was vielleicht noch ganz spannend ist bei dem Thema. Also wir kooperieren tatsächlich mit Elektroschrott-Entsorgern und gucken da tatsächlich dann auch wieder, wie entsorgen die denn eigentlich? Und wie können wir dann davon lernen, um die Produkte so zu designen, dass sie eben auch wieder mehr sekundäre Stoffe aus den Produkten rausholen können? Das ist, denke ich, auch nochmal ganz spannend. Auf jeden Fall spannend. Und auch eine schöne Schlussbotschaft, ein schönes Schlusswort. Denn unsere Zeit, sehr geehrte Damen und Herren, die ist leider schon zu Ende. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für euren sehr interessanten Vortrag. Ich wünsche, wir hätten jetzt nochmal eine halbe Stunde Zeit oder eine Stunde, weil es gibt so viele Themen, die da einfach jetzt noch nicht zur Sprache gekommen sind in unserem kurzen Gespräch. Aber wir haben zumindest mal die Spitze des Eisbergs gesehen. Vielen Dank an euch beide. Danke auch, dass ihr die Fragen aus dem Livestream beantwortet habt. Viel virtuellen Applaus an dieser Stelle an Matthias und an Andres. Dankeschön. Danke auch. Danke auch.